Hallo Leute und Willkommen zu Folge 31 von Trash or Trasher. Heute mit dem Spiel Old Man's Journey. Ich probiere es erstmal mit einem Controller. Schade, ich kann den Controller nicht benutzen. Hm, naja. Vielleicht kann ich ihn jetzt benutzen? Ah, vorher war ich nicht im Fenster drin, deswegen. Hallo? Okay. Okay. Der alte Mann bekommt einen Brief. Was heißt eigentlich Journey? Old Man's Journey, also das ist wahrscheinlich der alte Mann. Und Journey? Oder Journey? Ah. Ah, die Reise eines alten Mannes. Ich habe nebenbei einfach mal bei Google geguckt. Ähm, blum, 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 blum. Wer sucht jetzt seine Sachen zusammen? Okay. Das mache ich noch nicht. Ich mache gerade noch gar nichts. Ich probiere es gerade wieder mit dem Controller. Klappt nicht. Pfeiltasten klappen nicht. Ich muss ihm zeigen, wo er langen soll. Ähm. Nee, er soll nach da hinten. Okay. Das ist crazy. Wie der einfach so hin und her springt. Das ist echt komisch. Ich würde da gerne mal nach hinten zoomen. Ah, das macht es automatisch. Okay. Ähm. Was muss ich jetzt machen? Die gucken den Sonnenaufgang an und er... Jetzt die Musik im Hintergrund, die macht einen ganz wuschig, ey. Aber ist auch ganz nice. Ah, wahrscheinlich denkt er an seine Vergangenheit zurück und wie er seine Frau kennengelernt hat. Ihr habt doch keine Ahnung. So richtig null Ahnung. Ähm. Kann ich das mal jetzt mal überspringen? Danke. Weil das ist irgendwie nervig. Ja. Geh mal bitte weiter. Ich weiß zwar nicht, was du machen musst, aber... Beziehungsweise was ich machen muss. Aber ich hoffe mal, mir wird das noch erklärt. Weil sonst wäre das echt doof. Ähm. Ähm. Hier. Da. Da. Guck mal da. Hier. Du alter Sack. Du soll... Dann halt nicht. Hä? Äh. Ah. Ah. Ein Papierflieger. Ah. Weil da... Weil der Mann noch nicht da ist. Das ist ja kacke. Okay. Oder sollte ich mal erst da hochgehen? Ja, ich guck erst mal da hoch. Okay. Das ist... Das ist grad irgendwie cooler, als ich dachte. Äh. Dann kann der hier... Bei dem Fuchs ne Pause machen? Hat er Angst? Ist das ein Fuchs? Das sieht aus wie ein Fuchs. Also für mich ist das ein Fuchs. What does der Fuchs say? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Alter. Und diese Gestörtheit. Hallo? Oh, ne, das ist ne Katze. Ist ja widerlich. Dann mach halt deine Reise weiter. Geh mal hier hoch. Oder warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nein. Ach so, da kann ich... Das heißt, ich muss jetzt wieder dahin gehen, damit ich hier das verändern kann. Weil er steht gerade drauf und deswegen kann ich das nicht verändern. Okay. Nein. Ich wollte da nicht klingeln. Obwohl, jetzt wollte ich. Naja, aber wenn das so ist, dann... Nö. Dann geh einfach da hoch. Komm schon. Zeitraffer, los, los, los. Geht das auch schneller? Hm? Aber echt komisch, dass man den Boden verändern kann. Oh, ne alte Frau. Ich dumme Sau. Ach so, ich kann mit der nicht interagieren. Muss ich zu der Katze? Ist ja immer richtig schrecklich. Ne, komm nochmal zurück. Weil ich komm da ja sonst nicht hoch. Ja, ist schwierig bergauf, nur. Muss du heulen. Oh man. Und nun? Wow. Danke. Ich mach erst so. Danke, du hättest mich fast überfahren. Du, alter Sack, du. Hier gibt's nix zum ziehen. Sondern ich kann einfach hier hüllen. Hier hüllen. Okay, aber ich verstehe noch nicht wirklich den Sinn des Spiels. Vielleicht wird er mir in dem Hotel erklärt. Mittlerweile... Ähm, okay. Hallo. 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 Ich graul dich an deinem Popo. Oh ja. Geul. Das geht jetzt weg. Ha, ich hatte recht. Wecken, lecken, zecken, lecken. Hallo Weihnachtsmann. Ich wünsche mir von dir eine eine Eismaschine. Was die machen soll? Ähm. Ein Backfisch. Richtig fetten Backfisch. Ui, es ist 19.15 Uhr bei mir. Eieiei. 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 Alter, immer diese Geräusche. Oh, es ist Nacht. War der jetzt so lange am träumen? Hä, wo ist der hin? Ah, da oben. War das ein Bug? Weil ich hatte doch die Fenster alle geschlossen und der hatte das Licht an und das war extrem hell. Das muss ich mir in der Aufnahme nochmal angucken. Ich werde es zwar vergessen, aber ich muss es mal machen. Ähm. Ähm. Okay. Einfach mal da hingehen. Nee, alles gut. Lauf weiter. Lauf einfach weiter. Mach was du willst. Aber sag mir einfach mal irgendwann was eigentlich das Ziel deiner Reise ist. Ob du irgendwas sehen möchtest oder oder ja. Hier, jetzt kannst du runter. weiter. Hä? Okay. Okay. Das ergibt Sinn. Dann komme ich ja jetzt auch da mit da lang und komme hier weiter. Nein, nein, nein. Immer diese alten Männer, die irgendwo langlaufen wollen. Ach man. Okay, ich muss erstmal hier auf das Haus. Dann komme ich nämlich hier runter und kann erstmal auf den Wasser fallen, aber ist ja nicht so, dass es gefährlich ist, aber mal gucken, ob man hier in einem Spiel sterben kann. Ich persönlich finde das echt interessant, kann man jetzt sterben, nein, ja, vielleicht, nicht. Meine Güte. Okay, das geht nicht zu ändern, das geht alles nicht zu ändern. Ähm. Ne, gut. Lauf mal da hin. Lauf mal da hin. Danke. Lauf mal da hin. Ich verstehe das Spiel nicht. Was will das Spiel von mir? Ich check's nicht. Aber ich gehe einfach mal da lang. Lauf mal da hin. Ne, da geht's nicht weiter. Okay, dann muss ich wohl, oder übel, da hin. Okay. Uiuiuiui. Ah, okay. Hä? Hä? Wie komme ich jetzt hier weiter? Okay. Ähm. Nein, ich möchte, dass du hier hin gehst. Ja, hier hin sollst du ja auch. Du kleine Speckschwarte, was willst du von mir? Also ich kann dir sagen, was ich von dir will. Ich will, dass du aufhörst mit dem schönen Zeug. Du gehst jetzt einfach mal rechts lang. Hier, komm. Beweg dich mal ein bisschen. Ja, du dicker Ler. Ach, da geht's gar nicht weiter. Ups, ich bin aus dem Fenster raus. Ne, gut. Dann, ich weiß nicht weiter. Dann würde ich mal sagen, ich beende hier das Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir lassen den hier einfach nochmal kurz runterfallen. Weil es so viel Spaß gemacht hat. Uiuiuiui. Haha. Tschau Leute.